Gabax baut ein Erz ab und dann hört man nur wieder Tiger auf, obwohl es ein Jaguar ist. Jawoll, genau das. Schön. Schön, schön. Was ist eigentlich mit meinem Paket, ey? Ich sollte eigentlich Paket kriegen. Heute, oder was? Mhm. Du hast wohl nicht da. Wir haben nur die RAM-Riegel für meinen Nachbarn. Oh. Ist gleich eingebaut? Jo, aber den PC noch nicht runtergebracht, mein Mann. Habt ihr den getestet? Kann ich ja nicht. Ich kann dem PC nicht anschließen. Warum nicht? Der hat nur Dingsbumskabel. VGA. Und DVI und meine Monitore haben keinen DVI mehr. Aber ey, ach so, das ist natürlich doof. Kann ich halt nicht, das muss ich über ihn machen. Hast du keinen Adapter oder was? Nee, gar nichts. Hab ich irgendwie alles mal weggeschmissen, weil ich mir dachte, ja komm. Warum, das schmeißt man nicht weg so was? Warum? Also DVI ist ja jetzt wohl, also beziehungsweise DVI Adapter hatte ich nie. Nee, ich hatte noch nie einen Adapter dafür. Wozu auch? Ich hab alles hier. Ich hab also Kabel, hab ich auch noch VGA-Kabel und alles das hab ich extra noch als Reserve da. Weil man sowas immer mal auch für ältere Geräte braucht. Oder für Server oder irgendwas. Alles Quatsch. Naja, du bist so ein Wegschmeiß-Mensch. Naja, irgendwann muss man sich auch mal von alten Sachen trennen. Deswegen geht die Erde zugrunde. Hahaha. Genau. Weil nichts repariert wird, sondern alles weggeschmissen. So, warum hab ich jetzt einen Parasit? In der Kiste sind noch Pflanzen. Also, Rüchte. Ja, ich seh's gerade. Weißt, ist hier wieder voll? Trotzdem weiß ich nicht, wo der Parasit her kam. Aber ich hab zum Beispiel auch noch einen Server, ähm, hier. So ein Rack-Server. Der braucht tatsächlich, der hat nur HDMI-Anschluss. Äh, Quatsch, nur VGA-Anschluss. Digga, was du hier alles brauchst, what the fuck. Aber dann können wir eine Tonschlüssel bauen. Ja, perfekt. Und, äh, wäre natürlich cool, wenn wir auch so ein, äh, ja, eine Vase oder irgendwas, oder ein Behälter, dass wir... Naja, das gucken wir jetzt mal was machen. Haben wir irgendwas freigeschalten? Ja, das ist mit dem Öl das Wasser. Bei Feuer haben wir was Neues. Achso, das sind deine Trockengestelle. Genau. Was ist hier neu? Ah, Bambusscheitenhalter, gedöns. Also, hier kommt Wasser rein. Okay, das können wir ja gleich mal machen. Gut, wie viel Wasser soll denn da rein, Alter? Krass. Achso, muss da gutes oder schlechtes Wasser rein? Das ist, glaube ich, scheißegal, wa? Keine Ahnung. Und dann hier unten Gussform, okay, aber dann hier geschmolzenes Eisen, drei Stück. Der ist ja schon... Bisschen viel verlangt. Ach. Das ist wieder passiert, dass es in das falsche Ding reingerutscht ist. Hä? Ich verstehe das irgendwie nicht, was die hier von mir wollen. Achso, so. Einfach nur, okay. Hättest du ihn doch mal wieder raten lassen können, was es für eine Mieze ist. Aber ich hab doch... Achso, das... Ungebrannt. Nächster Gegenstand. Ach, guck mal, Gabax. Lul. Das ist ja nice. Klingengussform. Axtgussform. Ja, geil. Oha, guck mal, du kannst hier so durchswitchen. Siehst du das im Stream? Ja. Geil, dann machen wir uns auf jeden Fall eine große Tonschlüssel. 100 Wasser brauch ich da. Frage ist, gutes oder schlechtes? Probier aus. Also wär natürlich cool, wenn man das dann auch direkt hier zum Kochen benutzen kann dann, ne? Stimmt. Und unten drunter stellen vor allem dann. Naja. Brauchen wir nicht mehr so viele kleine Kochen und Schalen. Ja, geht auch schlechtes Wasser. Stellen wir nur ein oder zwei Schalen dahin. Fertig. Dann kann man da direkt eine große Suppe nur raus machen. Wie viel... Kann man dann auch die Suppen umfüllen? Das wär auch geil. Ja. Kannst du. Das geht... Nee. Ging nicht. Das hab ich doch probiert. Dann hast du dann nur Wasser. Normales Wasser im Dings. Weil aktuell nutze ich jetzt hier noch die... Wie viel... Wie viel Wasser ist denn in der Schild... Ah, auch nur 25. Genau. Ja. In der Kokosnusschade sind immer 10. Hallo Mika. Grüße. Hi Mika. Oh, ich kann die jetzt herstellen. Nice. Halten zum Herstellen. Achso, die ist dann ungebrannt. Jaaaa. Aber müsste da am Lagerfeuer wahrscheinlich noch brennen, ne? Aber am Lagerfeuer oder... Keine Ahnung, da müssen wir probieren, ne? Hier nicht. Ah, das Ding ist fertig. Nice. Das find ich halt voll geil. Was? Boah, das machst du, Alter. Ich lege von links aber so ein... Wobbilein. Herzlich willkommen. Ja, ich muss mich waschen. Ja, ich muss mich waschen. Ähm, ich leg mich mal eben schlafen wegen Ausdauer. Mhm. Oh nooo. Was denn? Ich hab... Weiß doch gar nicht... Ich hab das Feuer gelaufen. Warum hier? Nee, hier bin ich nicht. Ah ja, ans Feuer kann ich die stellen. Nice. Was? Wo sind denn jetzt hier die Dingsschalen? Wow. Wo hast denn jetzt die... Wo hast denn die? Was? Wo hast denn die? Ach, da, rechts. Hat ne Dings von dir geklaut. Bitte? Ne Suppe! Es ist noch Suppe da. Ja, die kannst du jetzt essen. Große Tonschlüssel. Die ist jetzt leer, steht da. Ja, die kannst du jetzt wieder nehmen. In Verwendung. Ja, ich hab die gerade mal genommen. Hier oben ist Essen übrigens, verbrannt. Hö, das hab ich da gar nicht drauf gelegt. Hm, ich ess das trotzdem. So. Ja, ich hab extra auf den Trockenrahmen jetzt gebaut. Warte mal, dann... Ich guck mal gerade, wie viel Wasser da reinpasst. Von den... Kokosnüssen. So. 30! Okay, krass. Nu? Naja, ich find's gut. Da, hallo, das sind drei Kokosnussschalen. Ja, aber ne Schildkrötenpanz... Ach ja, das war 25. Ja, pff. Dafür, dass du so viele Ressourcen brauchst, um das herzustellen? Ich weiß ja nicht. Ich find's trotzdem gut. Also ja, du hast mehr Suppe dann wahrscheinlich, aber... Naja. Ich dachte, mir geht's halt... Mir ging's halt aber auch um... Da drunter stellen zum Beispiel. Okay, was können wir noch machen? Achso, diese ganzen... Gibt's noch größere Schalen? Oder... Aber Klingen... Was ist denn Klingenform? Können wir dann... Achso, für die... Fürs Messer, ja. Genau, dann kannst du ne... ne Eisenklinge herstellen. Kleine Tonschüssel. Ist ja dann voll sinnlos. Da kannst du ja dann auch ne Dings nehmen. Ne Tonflasche für unterwegs. Die können wir vielleicht machen. Aber pass auf, dann schme... Dann packe ich jetzt mal hier die... Ähm... Kokosnuss... Nussschalen packe ich mal hier zur Seite. Die brauchen wir ja nicht mehr unbedingt. Also nicht alle. Ein paar lass ich noch hier, aber... Dann können wir ja die Schalen hinstellen. Und dann können wir ja die Schalen hinstellen. Okay. Das ist ja cool. Hast du jetzt da Suppe? Wo ist denn der Ton-Topf jetzt? Der ist hier immer noch. Und ich würde da jetzt... Warte mal Quatsch. Da passt der nur 30 rein. In die Flasche passt 40. Also... Ich würde da jetzt auch mal ne Knochen-Suppe machen. Cool wäre es halt, wenn man die jetzt auch noch... umfüllen könnte. Aber... Kann man wahrscheinlich nicht. Hä? Okay. Das sieht so klein aus. Ich habe... Befürchte schon wieder... Na du kriegst wahrscheinlich mehr, wenn du jetzt da draus trinkst oder nicht? Nee. Also du kriegst... Ähm... Das Problem ist, ob du jetzt ne Kokosnuss-Schale nimmst oder die große. Macht keinen Unterschied vom Proteinfett. Nur mehr Wasser ist drin. Naja, aber trotzdem okay. Also... Du solltest dich unbedingt in den Töpfer, Toni. Hahaha. Cool, dass du die Story spielst. Hat mich voll gefreut. Gerne, gerne. So. Aber trotzdem kann man jetzt die großen Schüsseln auch so zum Trinken nehmen. Ja, die kann man halt da hinstellen. Ich meine, die kosten ja auch nix. So das Wasser hin und her bringen ist ein bisschen blöd. Ja, aber so kannst du halt jetzt einfach drei Tonschüsseln hinstellen anstatt da sechs... äh... neun Kokosnusschalen, weißt du? Mhm. Das ist ein bisschen besser vom Platz her. So, jetzt habe ich die Tonflasche. Hier ist mir Klaut, Junge! Wo ist die Ton? Gib mal die Ton bitte. Oh ne, die ist immer noch unfertig. Hä? Die war doch eben gerade noch fertig. Hä? Da stand doch unfertig in Klammern. Ja, aber ich kann sie auch nicht aufs Feuer legen. Gib mal wieder her, bitte. Ja. Gib mir das einfach klaut. Vor meinen Augen. Mal wegkommen. Hier stehen kann ich nicht. Ja, ist ja auch richtig, Gabax. Herstellen. Seil. Aha. So, deswegen ist die unfertig. Okay, verstehe. So, wie viel passt da jetzt rein? Ja, guck doch mal. Mach mal hier die Kokosnüsse. Hallo, hier. Kokosnüsse. Da ist Wasser drin. Ja, oder da halt. 100. Das ist gut. Das ist nice. Dann stell mir auch eine her, bitte. Weil ich hab aktuell benutze ich noch die Kokosnuss für unterwegs. Und da passt nur 40 rein. Aber ist auch schön. Dann können wir über die, äh, Thronschüsseln dürften ja dann nicht verschwinden. Dann kann man da jetzt schön die, äh, Knochensuppe stehen lassen auf dem Herd. Was geil ist, dass das hier gefüllt unendlich viel Wasser hat, weil immer wenn's regnet, sich automatisch mit auffüllt. Hahaha. Das ist richtig nice, Alter, dieses, dieser Wasserspender hier. Jo, Sammy, mach's gut. Schlaf schön. Gute Nacht, Sammy. So. Welche, Sammy? Achso, Sammy A. Da hast du deine Tonflasche. Was machst du jetzt hier oben? Naja, ich bereite immer jetzt, also dass da einfach... Aber das, die spawnt doch. Das haben wir doch gesagt. Nee. Also ich vermute nicht, aber doch nicht bei einer Thronschüssel, oder? Äh. Beim letzten Mal war die auch weg. So, hier brauch ich eigentlich wieder... Komm, das sollten wir anstellen. Das ist wichtig. Wir haben genug Heutzutage. Holz. Apropos Holz, muss das Feuer mal wegmachen, hier. Äh. Scheiße, ist jetzt grad offen, wird mir regnen. No. So. So. Ich muss jetzt ein Seil da drüben machen. So viel Platz, wie die Kokosnussflasche. Mhm. So viel Platz, wie die Kokosnussflasche. Wie viel Wasser ist denn da drin in dem Ding hier? Krass. Äh. 300 Stück drin, oder? Sag ich doch. Und das wird nie leer, weil wenn es regnet, fängt es immer auf. Ja, ja. Das ist richtig gut. Man kann ja eigentlich die Kokosnuss hier mal in Stinks rein... Oh, hier sind die Früchte vergammelt. Naja, deswegen öfter mal in Kiste gucken, aber was soll ich da mit dem Inventar, weißt du was ich mein? Ja, ja klar. Egal, ich mach jetzt sammeln und dann haben wir da wenigstens Maden und so draus. Pack die Maden mal mit, äh, zu den Verbänden. Ja. Was soll mit dem Regen? Hast du noch... Kannst du mir mal Dings mitbringen? Trockenes, trockene Blätter? Trockene Blätter? Hm. War die? Und, äh, ja, da irgendwo in der Kiste. Ach ne, Quatsch, die sind hier vorne, alles gut. Dann bringen wir einmal Metall mit, wenn du einmal hinten bist. Jo. Ist das letzte. Letzte Eisen. Na gut, dann haben wir doch nicht mehr so viel, siehst du. Da unten rein, das Eisen? Ne, da rein gleich. Ne, hier. Wo denn? Hier unten. Die Schmelze. Legt. Danke. Bitte. Ähm, naja, wenn du mir jetzt ne Metall-Spitzhacke hergestellt hättest, hätte ich mal kurz Eisen. Kann ich ja noch machen. Ist voll geil, dass er das so schräg da ran legt. Oh nein. Voll gut. Krass, ja. Ja, mach ich noch ne Spitzhacke. Mach ich dir noch ne Spitzhacke. Dann brauche ich aber zwei kleine Steine. Äh. Steine habe ich gesammelt. Zinderkiste. Sehr gut. Dann hier nen Keil herstellen. Oh. Hier sind wieder Typis. Achso, ich brauche noch einen. Kann ich die hier auch wieder wegnehmen? Kannst du nicht, Lul? Oh. Ist ja dumm. Na gut. Muss ich jetzt wieder auffüllen. Achso,polizeiif§chio一下. Was ich das bei Regen nicht auffüllt trouve. Das ist auch immer bisschen wirauslös. Oh nee, ohne, ohne. Aber was muss ich jetzt herstellen? Okay, warte mal. Das. Das. Ich habe gar keine Rüstung mehr an sich gerade. Ach so, ein Stück Eisen, glaube ich. Okay. So. Wie viel man eigentlich gerade zu tun hat, das ist richtig heftig, finde ich. Wir kommen null voran mit dem Story-Fortschritt. Ah, ha, ha. Da. Nee, Eisen fehlt. Robilein. Ich brauche nämlich, äh, den Keil der Spitzhacke sozusagen. So, und in der Zeit haben wir das jetzt fertig. Ähm. Trockengestell hast du gemacht. Da oben kochen sich die Suppen zu Tode. Brauche ich denn? Ah, gib mal her. Ach so. Kleine Tonschlüssel bringt ja dann gar nichts, ne? Nee, würde ich auch nicht machen. Nur die große. Würde ich auch nicht mal testen. Hahaha. Ähm. Ach so, hier kannst du auf Eisen schmelzen, nul? Ah, nee, reinpacken. Ja, du kannst da gleich die Dings fertig machen. Unten liegen ja die, unten liegen ja die Gussform. Mhm. Dann kannst du hier quasi, ja. Ja, lass noch mal ne, ach so, ja, ich... Spitzhacke haben wir noch nicht. Nee, ich dachte, wir stellen mal noch ne, hast du gerade die Kokosnuss getrunken mit der... Eine, ja. Ja, okay. Weil ich wollte gerade wissen, ob es Dingsport ist oder nicht. Ach so. So. Dann mache ich gleich ne neue. Und jetzt würde ich mich mal interessieren, das Dach. Das wäre ja dann, mit Aussparung. Ach, für ne Leiter. Okay, verstehe. Lehm, Dach. Muss es extra einreißen? Och Mensch. Na gut, können wir ja machen. Ach so, was kostet der Spaß? Sieben? Zum Glück hab ich das noch. Okay, dann... Ach so, geht's schneller, pass auf. Wie reißt man am schnellsten ein Dach ein? Richtig. Quark mit Apfelmus. Okay, das hab ich auch noch nicht probiert. Das ist richtig lecker, Alter. Also ich ess ja manchmal auch ziemlich weirde Sachen. Was... Quark mit Apfelmus ist richtig geil. Magerquark musst du nehmen. Das ist wirklich geil. Okay. Kakaopulver, dann wird's schon wieder komisch. Ja, weil ich bin ja immer noch ein übelster Favorit von, ähm... Brötchen mit Butter und dann Butterkäse drauflegen und dann auf den Butterkäse ein bisschen Nutella drauf. Das hört sich halt komisch an, aber es schmeckt... Ich glaub, nichts zugehört nochmal, was? Also nimmst du ein Brötchen mit Butter, machst Butterkäse drauf. Was ist Butterkäse? Ja, Butterkäse. Kannst du so kaufen. Butterkäse heißt so. Aber nicht Gouda. Ganz wichtig, das muss Butterkäse sein. Ach so, ja, okay. Okay, ich weiß das nochmal, ja, okay. Also aber auch so ne Käsescheibe quasi, plus mit Butterkäse. Ja, genau. Ja? So ne, genau, Butterkäseenscheibe. Und darauf dann noch, ähm, äh, ja, Nutella drüber schmieren. Aber nicht viel, also einfach nur ein bisschen Nutella drüber. Hört sich halt komisch an, also Käse mit Nutella, aber das schmeckt halt richtig gut, weil Nutella, der Nussgeschmack vom Nutella und der, ähm, Käsegeschmack, also du hast ja dann... Na gut, das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, die ergänzt, also die, ähm, wie soll man sagen, die Kombination von diesem Nuss, also intensiver Nussgeschmack und intensiver Käsegeschmack, ähm, die neutralisieren sich so ein bisschen und dadurch schmeckt das viel besser. Marmelade auf Käse, ja, Schoki, ne. Ne Marmelade geht auch, oder? Marmelade auf Salami, das geht auch. Kann man seine Waffe auch irgendwie wegpacken eigentlich? Ne, kannst nur durchscrollen. Bin schon wieder dreckig, ich hab mich doch gerade erst gewaschen. Wie gesagt, musst du einfach mal probieren, ähm, alle Leute, denen ich das gesagt habe, oder auch bei Leuten, also ich hab auch, ähm, wenn ich mit Leuten zusammen gefrühstückt habe, und das gerade gemacht habe, die haben mich schief angeguckt. Ich sag's dir gleich, ich hab kein Nutella zu Hause. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann hab ich gesagt, und dann hab ich halt gesagt, ja, mach, probier's doch mal selber. Und es gab tatsächlich welche, die haben das probiert, und die fanden es selber auch gut. Oh no. Und die hätten es auch nie gedacht, dass das so gut schmecken kann. Guck mal, Garbax. Es hält. Garbax ist schwanger. Genau. Es hält. Ja, nice. Aber ganz ehrlich, jetzt denk ich mir so, hm, so viel Lehm. Hallo, warum machst du das Dach kaputt? Na, weil ich da jetzt Lehm hinmache. Achso. Aber da denk ich mir jetzt so viel Lehm bei den Holzstützen? Ich weiß ja nicht. Na, ich weiß ja nicht. Was man da nur eins tragen kann. Hilf mal mit. Ich muss jetzt siebenmal hin und her laufen. Den Lehm dahin bringen. Riech die Nerve. Ja. Flatsch. Kann ich nicht. Wie? Immer nur an dem Hellen. Geht nicht. Dann leg dein Leben dahin. Aber nicht verwechseln. Leben nehmen und Leben nehmen, wa? Hahaha. Was wollte ich denn sagen? Hatten wir jetzt hier noch Eisen? Nee, gar nicht mehr. Krass. Eisen? Nee. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch vorhin gesagt, das ist das Letzte. Ich dachte eins wär da noch, aber... Nee. Hab ich gesagt, das ist das Letzte. Achso, warte mal. Und jetzt? Jetzt haben wir gesagt... Eine Lehmform. Ein Keil. und ein Eisen, glaube ich, wa? Ah, das ist die Klinge? Okay. Dann räu' ich den Bums eigentlich gar nicht. Hast du wieder Spaß? Alter, weißt du, wie sich das Vieh anhört? Wie denn? Wie die Goa Ultwürmer. Von Stargate. Keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Kennst du keinen Stargate? Du hast aber noch den Glitch mit dem Herstellungs... Modul. Du kannst so viel... Was? Du... Da kannst du viel tragen. Voll viel tragen. Ja, nee. Sowas machen wir nicht. Bin ja mal ein Freund von Realismus. Alter, Vertrauen. Wir müssen... Wir müssen 500 Vertrauen erstmal hochkriegen. Wir müssen 90. Ja, aber das geht eigentlich relativ fix. Wieso kannst du das hier nicht bauen? Achso, vielleicht fehlt dir die Fertigkeit. Das könnte sein. Oder weil du es als erstes platziert hast. Aber du kannst ja auch meine Sachen fertig machen, oder nicht? Eigentlich schon. Keine Ahnung, aber vielleicht ist das hier besonders. Was? Sooo... Wasser. Das ist schon ein bisschen nervig. Zum Glück habe ich nah am Wasser gebaut. No. Ne, hier mit dem Müll... äh... Lehm meine ich. Ah, meins hast du aber wieder nicht verstanden, ne? Ne. Wegen nah am Wasser gebaut. Genau. Jetzt kann ich hier auch nicht bauen. So, äh... Lass dich auf. Ah, Lul. Geht das nicht wegen der Ausdauer? Ne. Siehst du... Pia hat's ver... äh... Sweet Pina hat's verstanden. Mhm. Was hab ich Pia gesagt fast. Sweet Pia hat's verstanden. Das hast du gesagt. Lalalalan... Lalalalala... Schalalalalala... Schalalalala... Schalalaaa nice talk und nice session ihr seid eine coole truppe youtube kommentar gerade ach so kann es sagen du bist im chat gar nicht so ich brauche einmal früchte aber bananus irgendwo bananus bananus was denn jetzt gegen banan aus naja bananen müsse könnte man bananen müsse so kreuzen dass man bananen müsse hat eine bananenschale und wenn ich ja auch mal nüsse drin oder was so wie so eine wiese erbsen quasi du solltest es nicht bei anderen leuten die youtube kommentare durchlesen während du stream das war das ist ein dis nach meinem geschmack ha 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 lustig betty ich gebe dir gleich du weil das schöne ist das ist halt sarkasmus hier gab es kommen gibt auch menschen die verstehen das nicht kommt doch mal her jetzt wird er wieder weg aus dem camp ich krieg die krise gleich ich werfe das messer hinterher was denn da deine bestellung ist fertig dankeschön aber wieso kann ich jetzt das dach nicht fertig bauen kannst du das fertig bauen toll guck mal ob du das kannst flansch flansch in verwendung in verwendung in verwendung äh ne scheiße doch 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 hier geht's ja wie viele noch zwei eins jetzt noch deins noch jetzt kann es nämlich auch aufstecken okay so einmal speichern was dein spiel achso ähm du musst speichern speichern du mal ähm ich lege mich mal einmal schlafen hier ähm warum liegt hier was ich ein bisschen blöd finde ist dass es keinen boden gibt ehrlich gesagt gibt keine foundation ne sowas aber auch das ding kannst du auch nirgendwo bauen tatsächlich ich hole mir mal kurz was zum naschen gucken ob man das da oben bauen kann hey selbst hier nicht auf gerader fläche muss ich das verstehen wofür ist das dann so wen hast du denn jetzt gesperrt ach so von gestern den der nasch jaguar hat zugeschlagen ja ich weiß dass es ein jaguar ist den von gestern hat er gesperrt der text text wirklich alles gut bei dir zur zeit oder viel arbeit wahrscheinlich müde was höre ich von voll vielen in letzter zeit dass wir so übel müde sind und so ja kenne ich auch so also bei mir persönlich nichts am wetterumschlag immer und äh wegen den weil die tage weil du ja auch wieder zeitumstellung hattest wieder eine stunde halt sich verschoben hat an so eine vorhandene schräge achso also quasi hier ran ach idiot bin ich tatsächlich das erste mal in die falle reingelaufen hier weil ich von der anderen seite kam das erste mal natürlich ja und habe ich eine fleischwunde ja hast ein pfeil abbekommen natürlich hast du eine fleischwunde das stand erfordert hütenrahmen oder sowas okay habe ich nicht gesehen tut mir leid aber geil dann machen wir das jetzt hier hängen ich habe Bock drauf da habe ich spare ich mir nämlich die die obwohl obwohl warte mal toll ich lege das eigentlich auch ordentlich hin ah es ist explodiert es ist einfach ausrastet komplett legen wir das jetzt ordentlich davor oh guck mal ordnung muss sein so das heißt da kann ich das jetzt hin anbauen sagt ihr chat jetzt bin ich aber mal jetzt bin ich aber mal jetzt bin ich aber mal wo steht das 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 erfordert jetzt erzähl mir mal wo das steht Kollege Klett vor schluss mhm geht aber nicht warum nicht das ist ja scheiße wie in den kisten oder was ich glaube in den kisten und den rahmen also links dem trockenen rahmen ah unten der fuß vom trockenen rahmen na toll spare ich mir das jetzt und wir bauen hier wieder ein 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 Dingsbums ran oder komplett aus Lehm hast du meine frage bob gehört tags scheinlich ähnlich ich lass da palmenblätter oder chat palmenblätter oder Lehm obwohl es sieht ein bisschen blöd aus ich hab gefragt ob wirklich alles okay ist bei dir bist so so verdächtig ruhig Hightech und hi Ulrich ne wie heißt du warte mal wo bist du hin äh Elroig du siehst den D nach da oben Elroig grüße durch geflutscht durch geflutscht wie immer bei dir geflutscht so einiges Ist ja eigentlich noch mal irgendwas auf dem Feuer, ne. Ne, ich wollte jetzt gerade Fleisch draufschmeißen, weil der Trockenrahmen immer noch nicht fertig ist. Also die Fleisch da drauf. Die Fleisch da drauf? Die Fleischstücke. Bip, bip. So, dann hier noch mal. Das wird ja bei ein gemütliches Kapuf. Wieso habe ich jetzt Parasiten? Habe ich gerade was? Ich habe Bananen gegessen mit Dreck in den Händen. Man, der ist aber auch sensibel, ey. Frisst hier seit Monaten Dreck, aber... Ih, da ist ein Sandkorn immer mehr. Das war kein Sandkorn, das war ein Insekt. Matsch war das. Matsche. Matsche. Matschepampe. Ist auch noch Klapperschlangenfleisch. Schnell, es regnet. Schnell. Alle wollen sie Geld. Ja, bei mir an sich alles gut. Auch nur die letzten Tage Arbeits- und privater Stress. Alle wollen sie Geld. Ne, ja, ja, kann ich verstehen, Tex. das stimmt. Die ganzen Bits, wa? Oh, 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 oh. Tex, auch du, Tex. Kann man eigentlich vier Symbole vor seinem Namen haben? Ne, wa? Mach mal dein hässliches Prime-Symbol weg. Mach mal die neuen Bits-Abzeichen. Viel cooler. Ja, aber das Prime-Zeichen ist doch hässlich. Die sind schon wieder da, Lohr, wenn du da, wenn du da, wenn du da. Mach das immer wieder Geld. So, guck mal, schön, wa? Das war immer mein Zap-Geschenk-Zeichen. Ne, das Zap-Geschenk-Zeichen hast du nur in dem aktuellen Monat-Text, wo du da oben auch Zap bist, also Zap-Gifter. Hallo, geht's, Mo? Grüße, Moin. So, mit O. Hä? Mach mal, Sammy, jetzt ein Tiger krieg. Achso, wär aufgehoben. Wegen... Achso. Oder? Wir sind doch so gut befreundet. Wegen Geld und so. Oder Sushi oder Sledge-Eis. Ich weiß, dass du das warst. Wir haben es gerade gesagt. Ach, hätten wir das nicht sagen dürfen. Ups. Schwierig. So, also ich hab Bock, jetzt noch einen Topf zu machen. Lass mal noch einen Topf machen. Wofür denn? Wie schön haben wir noch einen Topf haben? Wer hat, der kann? Punkt. Genau. Und wer kann, der hat. So, nächsten Gegenstand, kleine... Ne, größer gleich. Aber das Ding ist ja jetzt aus hier, wa? Die brauchen aber nur eine leere Gussform. Also es braucht viel weniger Ton. So eine kleine Tonschüssel. Und für die, zum Beispiel für die, ähm, Knochensuppe reichen, glaube ich, die kleinen Tonschüssel. Na ja, verbrauchen wir ruhig noch eine Gussform. Ich hab ja noch eine rumliegen. Kann die wenigstens weg. Ja, siehste. Ähm. Was denn? Ja, und wie mach ich das jetzt? Halten zum Herstellen. Und dann? Achso, dann hab ich sie in der Tasche. Okay. Ja. Und jetzt einmal brennen. Brennt. Brennt, ihr Narren. Ne, du hast mich getimoutet. Bin jetzt sauer auf dich. Okay. Was ist denn der alte Herr, Stefan? Was? Alten Herrn? Opa ist der alte Herr. Nicht mich. Was zum Teufel? Warum? Renovierungsarbeiten bei Christine Wittler. Achso, damit man hier besser durchlaufen kann. Richtig. Gut, dass du nicht den Bananenbaum abgehackt hast. Oh, jetzt muss ich mir Schaden zufügen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, das Ding zu fällen, ohne dass man die Krätze kriegt, Chad. Der stört mich. Der steht mitten in meinem Lager. Hm. Egal, warte. Oh, geil. Ich habe aber keinen durch die Rüstung. Ah. Dann nehme ich nur die Holzscheite. Warte hier. Hä? Ja. Ah, durch die Rüstung habe ich jetzt... Ah, sehr gut. Gut, gut, gut. Ja, das Töpfern, das habe ich nicht bemängelt. Ich habe das alten Herrn bemängelt. Wird es dunkel oder hell? Dunkel, oder? Wird, glaube ich, dunkel. Warte, es ist jetzt 17 Uhr, ja. Es wird dunkel. Es ist schlecht. Dunkel wird es, mein junger Paderwan. Nee, dunkel es wird, mein Paderwan. Mein Schüler. Das blaue Wasser sieht voll schön aus von hier aus. Ah, ist hier die blau oder zunne. Dankeschön, Text, fürs machen. Hab sie extra da, äh... Da gelassen. Hahaha. Übergelassen. Genau, überlassen. Äh, denkst du, ich weiß jetzt, wo Dings war? Oder schön zu zweit Töpfern. Ja, genau, wie bei Ghost. Ich stehe aber hinten. Oh, wir haben so einen Kamin-Gabax. Den würde ich auch gerne mal testen, was der kann. Wollen wir den mal bauen? Ein Kamin? Mhm. Wahrscheinlich können wir da kochen. Wie, was ist... Was brauche ich denn da nur schon wieder? Was habe ich denn hier übersehen? Da steht nix, was ich brauche. Guckst du hier, ich dachte, ich kann als Wand und dann haben wir schön gusselig Kamin, aber nix da. Wahrscheinlich müssen wir erstmal ein, äh, Gestell bauen dafür. Ein Wandgestell oder so. Wandrahmen? Wie, Wandrahmen? Ja, ja, meine ich. Der hat ein Wandrahmen halt. Gestell, genau. Das ist ein Eingang. Wand, das oder was? Chilli, grüße. Zwecks der Statik. Steh zumindest neben deiner Camper. Was? Wo, wo seht ihr das denn? Ah! Griech! Ja, ich brauche einen Boden. Ja, dich vom Acker! Ah! Mach dich vorm Hoff, Junge! Alter, die haben das kleine Stöcklager kaputt gemacht. Ja, da kommt noch einer. Pass auf, ich brauche den in seinen Bogen. Down. Ja, down. Der andere, der schießt. Der schmeißt mit was? Aua! Der hat mich mit seinem Scheiß Stein getrunken. Kein Dings dabei. Ah, der hat mich auf den neuen Bogen gefreut. Die haben ja nix. Ach, lass die liegen. Die despawnen bestimmt irgendwann, oder? Ja. So viele Knochen brauchen wir. Ja, wow! Und jetzt 32 hebe auf, ey! Kannst du ein neues Lager bauen, ne? Also ein neues Stocklager. Klasse! Das macht Laune, das macht Spaß. Neue Runde, neues Glück. Geh mal kurz weg. Färtsch. Richtige Beschäftigungstherapie hier. Tex, ändere mal dein Dingszeichen. Tausendfüßler! Weg! Das ist nervig. Das ist nervig. Wieso kommt die denn jetzt von da? Was ist denn mit denen verkehrt? Die können doch ihre Wanderroute nicht ändern. Ja, sehr schön, Tex. Jetzt bin ich stolz auf dich. Ah, okay. Also die Kleine... Steht das jetzt eigentlich mit 16 noch? Was ist mit der Kleinen? Hast du die jetzt echt gebaut? Ja. Oh, jetzt sind hier schon wieder an der anderen Falle sind zwei. Oh, der hat einen Bogen. Gib mir der Bogen! Wie ich ihn nicht hitten finde, wenn er da oben hängt. Und wie er mich trotzdem hitten kann. Hier ist noch ein Speer, wenn du brauchst. Ich würde höchstens tauschen, aber ich habe seinen Bogen. Juhu! Da ist noch einer irgendwo. Was ist denn? Da hat er noch einen schreien. Na, ich habe jetzt einen getötet und du hast einen getötet. Es waren nur zwei. Da oben. Aber die gehen nur spazieren. Ey, das werden langsam immer mehr. Ah, hier guck mal. Hier war sogar noch einer. Der ist in der Falle. Oh, der hat bessere Haltbarkeit. Ach nee. Ach nee, warte mal. Speer? Ah. Ein besserer Speer. Hä? Ja gut, das geschenkt nehme ich natürlich an. Wir haben eine unendlich Falle. Hallo, Weedflair. Grüße. Warte auch jetzt erst. Ach, was? Warte auch jetzt erst? Wie, was? Verstehe ich nicht. Was willst du damit sagen, Text? So, darf ich jetzt weiter bauen? Ich war hier gerade mitten im Bauen. Ach so, die Kaminwand. Warte. Ja, also die kleine Tonschlüssel ist schon ganz gut für die Knochen. Ich weiß ja, wobei die hinbauen, die Kaminwand. Für die Knochen, ähm, super. Eigentlich will ich den Durchgang hier lassen, dass man hier durch kann. Stell die Kaminwand hier hin. Ich weiß nicht, ob das mit dem Bett so cool ist, aber egal. Wollten eh neue Betten bauen. Äh, Haus. Du meinst, ihr meint die zuerst. Ja, kann ich nicht mal da hinsetzen wegen den Betten. Lul. Na gut. Dann nicht. Dann baue ich jetzt meinen Ofen weiter. Jetzt überlege ich noch gerade, wo das war. Da. Die Schmiede. Cool, die passt da auch noch hin. Sehr schön. Das erste getrocknete Fleisch ist fertig. Juhu. Äh. Hatte ich hier nicht noch lange Stöcke? Hast du die weggenommen? Was für Stecker? Na, ich habe keine Stecker weggenommen. Hast du denn die Kistis spawned, oder was? Wahrscheinlich, ja. Habe gestern darüber mit Kabak geschnackt. Vom früher als geplant habe, 1000 Feierabend. 10 Uhr meint der, natürlich. Ach, jetzt bin ich stets. Ja, aber Samstag erst, oder? Ja, ja. Und du bleibst dann, Gavax, bis Urlaub, oder was? Bis Mittwoch, ja klar, also. Ja, macht ja keinen Sinn, nochmal wieder wegen ein, zwei Tagen zurückzufahren und dann wieder zu kommen. Ja. Das stimmt. Machen wir dann die ganze Zeit. Geh dir auf den Sack. Ja. Mein PC neu, auf jeden Fall, haben wir gesagt. Ja. Das wird nackt. Ja. Ich kann auch, ich kann auch meinen Laptop mitnehmen. Können wir auch ein bisschen daddeln. Ist sehr gut. Naja, also. Der hat jetzt keine dedizierte Grafikkarte, sondern so eine von AMD. Also sowas wie GTA geht da mit. Oder das hier würde auch noch gehen. Scheiße, ich brauche Nüsse. Haben wir irgendwas, was grün hoch macht? Fett? Ähm, ich glaube die Knochen-Suppe. Mach das auf. Hä? Er sagt, ich habe hier irgendwas, aber ich sehe nichts. Wolle ich mal schlafen. Oder ist das hier? Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist eine Wunde. Das sieht man voll schlecht. 10 Uhr oder was? Feierabend? Okay. Naja, das ist ja eure Sache. Das ist mir egal. Aber abends geht mal feiern, damit das klar ist. Habe ich schon eine Ansage gemacht. Geiz, Junge. Diesmal mit den Jungs. Freut euch schon mal. Das wird anders als beim letzten Mal. Ne. Ja. Aber mir fällt gerade ein, dann kann ich tatsächlich den Laptop mitnehmen. mit Festplatte, dann kann ich auch mal, äh, mir die Zeit nehmen und meine Videos fertig rendern. Mit meinem Stroh und ne Klaaar. Ne, weil der Rechner, also der Laptop hat auf jeden Fall genug Leistung dafür. Zum Zocken ist der, äh, nur, ja, also man kann zwar ein bisschen mitzocken, aber... Aber rendern? Ja, damit geht's auch. Das geht auch. Dauert doch ewig. Ne. Ne, also der, der CPU ist richtig gut. Der, da ist ein 5700er U drin. Ähm, der ist, der ist schneller im Rendern als mein alter Rechner. Krieg ich jetzt Nüsse her. Ich brauche Nüsse. Hey, kann man nur mit... Der geht richtig ab. Kann man nur mit Nüsse-Dingsbums hochballern, das grüne, Chat? Weiß das jemand? Nein, das grüne kannst du auch mit, ähm, Gananen. Ach ne, warte mal. Fett, ne, ist das grüne. Ah. Äh. Hä, aber doch hier mit Knochen-Dings, da geht das auch. Das ist eine Knochen-Suppe. Die Knochen-Suppe. Da habe ich doch extra drei Stück hier stehen. Kannst du einer nehmen von? Boah, Obsidian... Obsidian-Knochen-Klinge? Ja. Was, Obsidian-Knochen-Klinge? Verhüten da ist. Aua! Wo ist sich noch einer? Oh, hässlicher kleiner Wicht. Bin wieder in die Nehmaschine. Siehst du das? Zack, zack, zack! Nehmat. Äh, 60, 55. Antauschen wir. Naja. Ich habe wieder in die Nehmaschine. Oh, meine Rüsten sind kaputt. Aber wir haben ja noch Knochen-Mach. Ah, die haben ja noch ein neues Ding gebaut. Ey, was habe ich denn jetzt in der Hand? Das ist der Bogen. Was mit Knochen... Äh, mit, äh, Knochensuppe? Sagst du, Gabax? Ja, ja. Ich denke, das bringt auch was. Ich habe eine Wunde. Also, das bringt zehn Fetts, so eine Knochen-Äh-Suppe. Aber es bringt tatsächlich mehr, ähm, die kleinen Tonschüssel für die Knochen-Suppe zu nehmen, weil dann verbrauchst du nicht so viel Wasser. Okay. Das ist praktischer. Weil du nimmst ja die, äh, Knochensuppe nicht zum Trinken. Also, weil in der großen hast du halt 30 Wasser. Eigentlich ist es tatsächlich am besten, du nimmst die große Tonschüssel als Gefäß, holst Wasser und füllst dann drei kleine oben auf dem Feuer damit, ähm, voll, um, ne, Pfingster zu machen. Um ne Knochen... also drei Knochen-Äh-Suppen herzustellen. Habe ich ne kaputte Rüstung? Was bedeutet die Zahl in Klammern? Wie schon wieder. Meinst du bei den Top-10-Zuschauern oder was? Scheiße, wo habe ich jetzt das Ding kaputt gemacht? Wo war denn das? Keine Ahnung. Hä? Ah, hier war das. Irgendwo. Da. Das hört sich an, ey. Das sind die Support-Punkte, die man hat, das Ding in Klammern. Wie viele Punkte du hast? Gib mal Ausrufezeichen LP ein. Lebenspunkte! Flatsch! So, das ist wieder ganz... Ich hab noch ne Wunde? Also Loyalty-Points. Stimmt, so heißen die Dinger ja bei mir. Weißt du, selber nicht, wie es an der Punkt da ist. Nö. Ähm, willst du da mal die große Tonschlüssel hier trinken? Ja, definitiv. Ich fall sonst um. Ja, dann kannst du auch gerne beide trinken. Hier gerade, die auf dem Feuer liegen. Ich finde hier auch tatsächlich keinen. Weil da sind dann 20 Fett. Ich hab ein Ei. Hab ich auch. Ein Vogelei, Mann. Ach so. Ich muss doch sagen. Welche? Die große, oder was? Wieder zwei Gramm schlauer. Beide kannst du. Weil die geben dann... Zusammen geben die 20 Punkte. Für Fett. Ja, und am Tag suche ich dann nochmal. Ja, ich werde das jetzt so machen, dass ich hier drei Schüsseln oben drauf lege. Und die werde ich dann immer dauerhaft stehen lassen. Also, dass da immer schön drei Stücks stehen. Dann kannst du nämlich darüber Fett zu dir nehmen. Also, die bringen ja Fett und... Was noch? Jetzt fetzt mir das fast nicht ein. Ich hab nur ein Ei. Das kann ich jetzt kochen. Mein Ei. Ich könnte es roh essen. Nee, mach ich lieber nicht. Ich hoffe, wie schnell das gut ist. Oh, wie schnell das durch ist. Das ist ein Minuteneiser, richtig. Oh, das hat auch Fett gegeben. Sehr schön. Und geistige Gesundheit. Cool. Cool, ey. Voll groovy. So, jetzt war ich gerade dabei, das Ding hier kaputt zu machen. Und alles nur, damit es schön aussieht. Was, ich krieg keine Ressourcen zurück. Chiri. Mon Chiri. Jetzt kann ich das da nicht hinstellen. Das steht aber ganz schön weit raus dann. So war das nicht geplant in meiner Christine-Wittler-Bubble. Hätte ich es eigentlich so stehen lassen können. Schwierig. Das muss ich mir, weil jetzt wird es hell. Das gucke ich mir im Hellen nochmal an. Das kann ich im Dunkeln jetzt nicht entscheiden, du. Schon wieder leer? Schöner wohnen im Busch mit Chris. Richtig. Das ist wichtig. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass das nicht wichtig ist. So. Dann sind jetzt schön drei Stücke mal vorbereitet. Jetzt hole ich mir mal hier Menschenfleisch, damit ich das als Ding wieder... Jetzt fängt es an mit Regnen, nachdem ich mir die Mühe mit dem Wasser gemacht habe. Mandy, sehr gut. Bist gerade eben selbst Queen Hell gezockt. Sehr schön. Wie weit bist du? Oder was zockst du? Den ersten Teil? Oder bist du schon bei... Hier, Spirit Amazonas gedöhnt. Genau, jetzt fängt... Es hat echt kurz danach angefangen mit Regnen. Okay, 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 okay. Aber, guck mal, jetzt sieht doch das deutlich hübscher aus hier. Guck mal, jetzt kann man hier so schön langlaufen. Hat hier so einen kleinen Platz. Wird das vielleicht sogar da hinten hinstellen. Aber eigentlich kann man das machen. Ich glaube, das mache ich auch. Kenne ich nichts, Junge. Mach ich auch. Pass auf, ich stelle das jetzt einfach da hin. Um die Lücke zu füllen. Easy going. Da gibt es ja kein... Also nichts, was ich wirklich da hintragen muss, außer mal ein so ein Flatschen hier. Guck mal. Da kommt da noch was hin. Weiß noch nicht was, aber irgendwas. Fehlt nur eine Palissade. Ja, eigentlich schon, war. So, jetzt kümmere ich mich mal, musst du noch schlafen, Gabox? Ja. Kannst du es jetzt schnell machen? Ja, aber erst mal mache ich mich sauber, weil... Kannst du schon wieder diese Dreck-Sachen da... Weil ich will die Betten abreißen. Ja, warte, lass mich auch mal schlafen. Kannst du nicht erst mal die anderen Betten vorbereiten oder so, oder? Also, dass wir die vielleicht mal umstellen, dass wir die woanders hinpacken. Zum Beispiel oben als zweiten Stock. Aber jetzt kann man es, ja. Das ist doch wieder so ein Kommentar. Da könnte ich schon wieder rechts und links, Alter. Das ist doch gerade das Geile an Icarus. Ach, die Leute so manchmal so ein bisschen... Schwierig. Was denn? Sagst du, Gabox, diese Zuschauer, die sind manchmal sehr anstrengend. Ja, was denn? Hallo. Erzähl mal. Aber verrat sie nicht. Ähm, mach mal die Killcam-Option aus, also dass der Pfeil so in Zeitlupe fliegt. Ja. Mit der Funktion hat man einen Aim-Bot. Wenn du eine Herausforderung möchtest, musst du die Option ausschalten. Ich finde die gerade geil. Bauen, was das Zeug hält. Oha. So, hast du jetzt geschlagen eigentlich? Nee, noch nicht. Du lagst doch gerade. Hättest du euch trotzdem gelingen können. So, jetzt ist hell. Hey, nein, wir wollten doch nicht überspringen, dachte ich. Aber wäre jetzt auch egal gewesen. Ach, ich brauche Nüsse. Der Herr ist anstrengend mit dir. Hat keiner gehört. So, jetzt bin ich wieder fit. Ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will, aber ich will mit dir schlafen. Ich will nicht sagen, dass ich dich versklafen will, aber ich will dich versklafen. Ich dachte jetzt, du reagierst ein bisschen angetaner. Oh Gott, lass es. Äh, Schiri, wir wechseln. Äh, wieso sind hier nirgendwo Nüsse? Und ja, die Kisten sortieren, ne? Die Kisten sind eigentlich tatsächlich gut sortiert. Die Banane ist vergammelt. Schade. Guck mal, da ist Mh wegen dem ersten und dem zweiten. Hä? Was jetzt? Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, welches Mh. Ach so. Irgendwann, wahrscheinlich. Naja. Weiß. Also ich finde hier echt, echt wenig Nüsse. Uaah, da hat man den Steckerhand. Jaguar? Ich hab, aua. Jetzt kann ich das mal testen. Habe ich diese Dinger? Diese war doch ein Jaguar, Leute. Sie ist dead. Äh, sie ist dead. Genau. Seht ihr? Kann ich das mal testen, Chad? Will ich jetzt wissen. Hör auf zu schummeln jetzt hier. Komm, nimm nur eine. Oh, ne. Vier Stück. So. Jetzt hab ich vier Ameisen. Und ihr sagt, die tiefe Wunde krieg ich mit Ameisen zu? Da bin ich mal gespannt jetzt. Wehe, ihr lügt. Ich frag mich halt, wie das funktionieren soll. Ey, wo hab ich denn was? Da. Aber wie funktioniert das in echt, Chad? Das funktioniert ja auch in echt, hat jemand gesagt, dass er das bei mir Quills gesehen hat. Klar, die haben so eine Zange. Aber wie kriegst du die jetzt dazu, dass die das... Das funktioniert doch nicht. Drehst du ja den Kopf ab, oder was? Versteh ich nicht. Nee, die sind doch jetzt da drauf. Ja, aber... Hä, nee, lebendig natürlich. Die suchen ja Nahrung. Und dann finden sie da die Nahrung. Blut. Naja, nee, die... Die Bakterien, die sich da drin sammeln. Metarix, herzlich willkommen, vielen Dank für deinen Raid. Dankeschön. Was habt ihr gezockt? Was habt ihr gezockt? Ich glaub, du musst nur den Namen schreiben, Tex. Aber du hast jetzt Add gemacht, damit du es schneller findest, wa? Krass, jetzt hab ich, äh, Ameisen am Fuß. Das scheint zu funktionieren, Gabax. Das stoppt doch die Blutung sogar. Verrückt. Krass. Verrückt, diese Ameisen. Ich hab die Zuschauer mal wieder recht gehabt. Das kommt ja nicht so oft vor. Bitte? Ich bin auch Zuschauer. Was? Würde ich nochmal gesagt haben. Was? Ja, nicht von deinen. Aber RAS gezockt. Season 11. Ende. Ah. Was ist denn hier passiert? Ah. Jitang. Jitang. Oh. Es fängt wieder an zu regnen. Wo läufst du jetzt eigentlich gerade hin? Die hätte man eigentlich noch drehen müssen. Oder die hätte ich jetzt direkt dann davor stellen können. Ach, du bist wieder bei der Base. Ich bin bei der Base, ja. Und track ich. Track ich. Einmal warte bitte. Einmal warte bitte. Wie, wie immer. So, haben wir hier noch Knochen jetzt? Ja, okay, warte mal. Dann machen wir das so. Ich brauche eine neue Rüstung. Dann machen wir erstmal das fertig. Was wolltest du denn, äh, Samstag... Was? Wo wolltest du denn Samstag mit uns hin? Inwiefern? Na, auf den Kiez. Verstehe die Frage nicht. Ja, und Sonntag daheim, ne? Oder hat sonntags irgendwas auf? Hey, Tarix, vielen Dank. Hey, ich denke vom Samstag. Ja, und Tag danach, meine ich. Was am Tag danach? Da werden wir alle einen Kater haben. Als ob wir da noch irgendwo hingehen. Und Kabak so, wie, wir gehen nicht weg? Hä, krass. Ich brauchte die Wunde nicht mal sonst was. Sonntag halt weiter saufen. Das weite ich damit. Ich brauchte, so, ne, Dienstag saufen wir dann weiter. Aber, aber... Naja, also Montag, äh, also... Sonntag und... Pegel halten. Ne, Sonntag... Ja, alles klar, Alter. Wir reden uns nochmal dann im Urlaub, wenn Söri ankommt und sagt, Pegel halten. Ja, ja. Ganz schlimm sind die immer. Ganz schlimm. Bin ich mal gespannt. Also Söri ist wirklich krass, was das angeht. Mal gucken. Wie ich bekomme einen Kater. Ja, den musst du dann adoptieren und aufziehen. Genau. Aber der bleibt meistens nur einen Tag. Na, dann ist er wieder... Er ist nur ein Streuner. Ja. Mal gucken. Also du meinst, also er hält viel aus, meinst du jetzt? Oder... Ah, ach so, der zieht dann immer gut durch, du. Wie gesagt, letztes Mal hat seine Leber gezwickt, also... Du wirst halt auch nie besoffen da in dem Urlaub. Ja. Durch die Wärme und die punchen das ja. Wobei... Nicht mehr unbedingt so viel, aber die punchen ja trotzdem noch ein bisschen. Aber auch durch die Wärme. Also... In die Nacktbar. Was denn für eine Nacktbar? Ja, wobei Alkohol wirkt bei mir zu CE nicht mehr so krass. Das habe ich gesehen, als wir im Pub waren. Wenn du rauskamst. Naja, das ist was anderes. Du warst ja viel voller als ich. Nee. No. Nee. Da ist noch schön eine Schlängelinie gelaufen, der Gabax. Naja. Naja. Naja, das ist auch was anderes, deswegen... Das ist halt Starkbier... Also das ist ja Dunkelbier gewesen, was wir da getrunken haben. Wir haben ja auch gefühlt... Einmal die... Ja, und paar Shots. Einmal die Shot-Liste von oben nach unten. Was sehen wir für Shot? Keine Ahnung, was hatten wir denn noch nicht? Boah. Hallo Alex. Die schmecken halt auch alle gut. Die schmecken halt auch... Das stimmt. Also das war nicht schlecht. So. Ich überlege echt. Und Männer sind auch Männer im Pub. Stimmt. So, was haben wir denn jetzt noch nicht gebaut, Chat? Ja, aber ich meine jetzt so... Normalerweise von Bier... Da kann ich ziemlich viel trinken, ohne besoffen zu werden. Was läuft hier? Ist hier wieder ein Einbrück. Auch saufen. Och, nö. Ja, 16. 16. Ist kaputt gegangen. 16.04. Nächstes Wochenende. Also nicht das, was kommt, das drauf. Dicke Ziehung auf dem Kiez. Kannst ja vorbeikommen. Aus Österreich. Die Lebendusche haben wir noch nicht. Alter, was? Die würde aber da ganz gut hinpassen eigentlich. Was mache ich jetzt? Mein Speer ist kaputt. Und ich finde jetzt nicht mehr nach Hause. Scheiße. Ja, woanders können wir die auch gar nicht mehr hinstellen. Die muss da hin. Ja, ich glaube, ich habe wieder nach Hause gefunden. Gleich da. Na, wenn du jetzt losläufst, bist du tatsächlich dann nächsten Samstag da. Stimmt, wir wollen mit Easy Sonntag pokern. Was? Echt, das weiß ich auch noch nicht. Aber pokern wäre ich auch dabei. Hä? Naja, ich weiß auf jeden Fall, dass Söri mal gesagt hat, er hat... Story-Modus. Was? Da fragst du es, ob... Ähm, nee, ich weiß auf jeden Fall, dass Easy mal erzählt hatte, ähm, auf dem Rust-Platz, dass... er, ähm, Poker-Koffer hat. Ja, der hat einen übelst guten gewonnen, glaube ich. War sogar 400 Euro oder so. Wert. Okay, krass. Ich habe hier aber auch noch einen liegen. Und da hat er auch gesagt, dass du nicht pokern kannst. Stimmt doch überhaupt nicht. Also, ich will nochmal daran erinnern, dass die letzten zwei Male, als ich mit Söri Poker gespielt habe, habe ich immer gewonnen. Wir haben das doch im Chat besprochen. Echt, haben wir das im Chat besprochen? Na, das kann auch sein, ja. Ja, ihr. Na, ich bin auf jeden Fall dabei. Du bist aber gezwungen. Wenn ich jetzt, wenn ich hier was baue und die da langlaufen... Du wirst einfach mitgeschliffen, ganz einfach. Wenn ich jetzt hier was baue und die da langlaufen, greifen die das doch gleich wieder an, oder? Hast du denn die Betten jetzt wieder fertig? Also, weil ich müsste mich nochmal hinlegen, weil ich hatte jetzt Fieber. Nee, Betten, ja, leg dich nochmal hin. Ich habe noch nicht gebaut. Okay, okay. Wir haben dich überstimmt, ja. Finde ich. Sehe ich auch so. Siehst du, dann wissen wir doch, was wir machen am Sonntag. Vor allem, wir haben jetzt eigentlich alles... Ich weiß nicht, ich muss... Gebaut, glaube ich. Geil, das kann ich dann streamen, Leute. Pokernacht. Schön, die Kamera von oben aufs Blatt. Genau. So, dass man halt... Nur den Tisch sieht, quasi. Genau. Voll gut, das machen wir. Dann sieht man auch Gabax nicht. Genau. Ansonsten ziehe ich deine Purge-Maske auf. Die ganzen Arm. Was will ich sehen? Die Oper-Maske. Kannst du schön schwitzen, Alter. Garantiert nicht. Sechs Stück, ey. Die Oper-Maske raus. Naja, kannst du schön schwitzen. Genau. Royal Flash! Ja, mich nervt es ein bisschen. Wir können bei der ersten... Oh, oh. Nein, ich habe keine Angst vor der Kamera, nur ich habe keine Lust, mich zu zeigen. Ich kann leider... Söri und ich können leider bei der ersten... Äh... Rust-Platz-Poker-Nacht nicht dabei sein. Das ist natürlich genau dann, wenn wir im Urlaub sind. Ein bisschen nervig. Ätzend. Schade, schade. Das ist wirklich nervig. Wie kein Gabaxen. War drauf gefreut. Na ja, ich bleib das Geheimnis. Ihr könnt euch, äh... mich vorstellen. Zu der Stimme. Hahaha. Und die Hände bleiben über der Decke. Ah, ich zähle mir dann extra Handschuhe an, damit man... Hahaha. Extra Handschuhe. Genau. Schnell, es regnet. Na... 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 Na toll oder na tool? Hahaha. Können wir eine Abstimmung machen, wer alle Skabax sehen möchte? Wir müssen nur trinken an dem Abend. Vielleicht ist es so besoffen, dass es mir egal ist dann. Oha. Nee. Haha. Hahaha. So besoffen kann ich gar nicht zeigen. Außerdem siehst du, Text will sich auch nicht zeigen lassen. Also kann ich auch verstehen. Ja, ist ja in Ordnung. Wir brauchen nur den Tisch zeigen. Ist doch alles cool. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Mikrofon machen dann, ne? Irgendwie in der Mitte packen. Das geht. Ja, ja, in der Mitte und dann ein bisschen lauter machen. Schon ein paar Mal gemacht. Ist zwar ein bisschen hallig dann, aber geht's schon. Oh, ich hab keine Asche in der Hand. Warum nicht? Asche, ich brauche Asche aus dem Weg. Äh, noch regnet's. Äh, noch regnet's. Text, du lügst nach. Samy? Pst, was? Hä? Die steht schräg. Samy, machen können wir das, aber was... Äh, verstehe ich nicht. Hä? Wegen der Abstimmung, oder was? Achso, machen können wir das, aber was er nun endlich... Und dann zurück. Hallo Tiger, grüße. Ich hab was gesoffen beim Fokern, ähm, Borat Kini und Hans schon, ja, genau. Ja, man kann's ja für den, äh, für denjenigen, der verliert, als Bestrafung machen. Was? Naja. Borat Kini an? Opa-Maske auf? So ein Quatsch. Lass mich hier langsamer hochracken. Ich brauch Bananas, haben wir noch Bananas? Die hast du schon weggeschmissen, die sind schlecht, okay. Gabax, das ist ein Insider. Okay, dann hab ich's nicht verstanden. Und dabei kreist der die ganze Zeit, äh... Ara, ara. Die bringen halt gar nichts, diese Päckchen. Die können wir auch essen, ganz ehrlich. Aber das kennt der nur von YouTube. Das Ara, ara. Ach so. Deine Hentai-Gedöns. Ich, ich kenn das tatsächlich nur von YouTube und weißt auch woher. Ähm, ich hab ein, ähm, äh, einstündiges oder zehnstündiges Video gesehen. Ah, Respekt. Die ganze Zeit, ja, ich hab's nicht durchgeguckt, aber ich, ich hab das halt durch Zufall gesehen. So, und denk so, was, zehn Stunden, ara, ara? Oder, oder eine Stunde, oder ich weiß nicht mehr. Klick da drauf und die, die sagt tatsächlich die ganze Zeit in einem Video unterschiedliche Varianten von, äh, ara, ara. Und dann hab ich erst mal geguckt, was das überhaupt bedeutet. Mhm. Genau. Das, das heißt nichts anderes als, äh, also im japanischen, wenn eine Frau halt, ähm, ja, erschrocken ist oder so, oder irgendwas Ungewöhnliches passiert dann anstatt, äh, sagt sie halt, ara, ne, oder, ara, ara. Ähm, da ist, da ist eine Maus in mein Leben gefallen. Guck mal. Ich mach das nicht. Alles klar, Gabin. Was? Ach, Gaben bin ich jetzt. Okay, Gaben. Hast du noch, hast du noch, du hast doch hier den Bambusstock, oder? Ach, guck mal, jetzt hat er endlich Verwendung. Äh. Yay, die Dusche ist fertig. Guck mal. Naja, siehste, wird doch... Ein, was, eine, eins oder doch zehn, nur die ich so weiß. Tapp sagt, du bist jetzt Gaben. Frag mich nicht. Hallo, Shika, das ist große Moin. Text meint das jemand an. Kann man denn jetzt eigentlich noch irgendwas anderes bauen, nö, wa? Umfrage, was denn für eine Umfrage? Wer möchte alles Gabak sehen? Wow. Wow. Ja, echt, wow. Einfach so, wow. Namensvervollständigung. Ah, okay. Ah, Fricky. Ich liebe Gabaks. Oha, jetzt ist es raus. Aber das kann gar nicht sein. Achso, betten jetzt endlich mal. Ich leg mich jetzt, ich wasche mich jetzt, dann leg ich mich hin und dann reiße ich die Betten ab. Achso, nein. Gabaks, hast du gehört? Oh, Moment, lass mich nochmal hinlegen. Ha? Ja, mach mal, schnell. Ja, ich leg mich nochmal hin. Nur für dich. Leg dich schon mal ins Bett, Schatz. Wusstest du das noch nicht? Ara-Kan-Nei. Wie spricht man das denn aus? Ara, herzlichen Willkommen. Da wären wir wieder bei Ara-Ara. Ara-Kan. Ah, herzlichen Willkommen.